so kann er sich kommen jetzt an neuen Part let's play S&P L Prozent Prozent der 20 Grad voll das Koffer wird von er ja ich hab keine Ahnung worum es geht ich bin hat gejoint und im Chat stand überall Korte wenn das ist aber auch gemacht die Zodos Prozent aus dem Gefängnis rausgekommen aber ich werde wahrscheinlich jetzt nach Ablauf der Täter wieder rein teleportiert Name kommt vielleicht den Korte wird auch noch zuerst kein Bild dass sich schlagen was das ist die Schließt Ok den Knast dm Pd Prozent Prozent auf jeden Fall ist Pd ich habe Pd 2 ich habe Pd 1 und 2 auch bis die Skule oder ja ich bin jetzt gut so warum wird sie doch was passiert wird wird steht er was so noch war das lässt sich sehr auf nach 116 Sekunden noch 400 h was er mir länger und weil er sich oder so kann sein es ist inzwischen schon Level 3 fast wo bist du hin ich bin hier wo bist du überhaupt ich habe Respektpunkt 6 von 8 am Ende Level 3 aber ich habe es ja noch 2 Stunden 4 von 12 für Level 4 und leckt das hier aber wo bist du und leckt das hier vielleicht mein Kuss auf dem Hintergrund auf Wartmann und nicht und selbst dann müsste ich es ausmachen das ist das ist nicht mehr ein oder ich habe wieder ausgeteckt das ist ein Mann ist ein Spiel aus dem er hat das von 903 von das Problem weil das ist nicht wenn ich aus selbst ja gar nicht ohne Probleme machen cool jetzt nicht ich will aufhören so wir kommen noch mal wenn wir jetzt weg wartet sich schelter um es da kommen muss doch wo für muss doch irgendwas passieren ich will ja im Knast stoppt das er wird wird konnte euch nicht mehr zum Start teleportieren aber es ist ja los sie stoppt das Event und zum Kopf auf so war er war eine Aufnahme und sind gerade 300 Sekunden ich habe noch 59 44 so gibt es ist eigentlich losgegangen oder meinte mit Stopp das er wird komplett ist ist kaputt ich glaube sie genau weiß ich vielleicht ist auch einfach nur gemeint dass sie jetzt ich werde aber aber auch 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 ich habe noch 30 Sekunden so scheiße ich weg der Baller kurz an Prozent eingang oder wurde heute geboten ist auch nicht dann macht sie pietig kurz auf mich 20 Sekunden selber die Götzene für die Verlager die Bildschirke gut Frau Krasa Ruhl muss man auf ihr läuft rock rascher heißen nicht russen Mafia das heißt rocken der russen oder rocken der russen locken der los sind die in die Zukunft Waffenverbot zu erheiratet Pizzi ja vor allem ist die Idee das Lächeln wenn ein nun gut zu ihm fällt aktuell läuft kein Event das wird doch auch gut warum konnte man sich nicht in der Karte ich finde der Ernst und Dorthy ihr wie kommt es wieder zurück ist die Frage muss wieder auch machen jetzt wartet bis geportet wird Wurste auch geportet aus dem Gefängnis raus? Ja, dann werde ich auch geportet. Ich glaube, du bist geportet, ja. So werde ich. Jail Time. 214, das ist... Wie viel Geld habe ich denn noch? 24... Wir müssen dann jetzt mal shoppen. Das sind ja so vier Minuten. Ich hole mir jetzt mal einen Jobbauer, oder? Bist du auch Bauer? Ja, ich bin Bauer. Läuft das? Ja, kannst du in der Stunde richtig viel machen. Kannst du in der Stunde über 50 km machen. Nur? Weiß nicht, Slash... Das... Holle... Ich muss immer diese 5 Minuten warten, das hat ein bisschen Blut. Was sonst? Du hast für Weißer und Schock. Slash Quid-Shop. Ähm... Wir könnten hat 4 B-Antagen. Holle, wir werden... Das war das 4 Wach einfach gar nichts mehr. Wir hatten... Holle, wir werden... Das wird machen... Du hast das... Ich war kurz in deinem Bedarf gewächelt, bitte. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Zwei Momente. Für Fünf Momente. 20 Momente. Du bist eine Minute gefrißt wegen Klasse M. Yay. Oh, it's this mother. I'm stuck in the air. Ist der behindert? Ende aus. Upsala. Jail Tome. Oh, ich weiß nicht, der Taxi war 450 Dollar gezahlt. Du bist zu teuer, also sein, da laufe ich lieber, auch zu bezeichnen. Warum, wie teuer ist das? 450 Dollar, wo 15 Sekunden. Ach so, die Kacke. Jetzt will er mich überfahren. Jetzt will er mich überfahren. Gott. Später kommen wahrscheinlich zu dir Leute an. Röversusztmann-Frontag gemacht. War bei mir auch so. Die haben mich geschlagen, ich hab ihr Fahrrad geklaut. Und später... Später haben sie mich dann einmal getötet. Oh, coolig. Hab mich jetzt entfriesst. Oh, nur jetzt hat die LKW hier. So. Nein, ich hab das nicht Edition. Ne, ich hab das jetzt. Könnte ich wohl irgendwie kriegen. Warum? Warum hast du? Lol. Sterben einfach alle. Lol. Ich seh tote Menschen. So. Lauf jetzt ein bisschen in der Militärbasis rum. Ähm, ich guck mal dahinter. Weil da das event war. Du hast mich fast gesehen. Ich hab das jetzt echt geschafft, mich so dumm anzustellen im Taxi, dass ich einfach nur nix zahlen muss. Lol, wer ist das geschafft? Das ist bisher kompliziert. I think, der war a böser Mensch. Ich mach jetzt mal wieder einen Führerschein. War mal so kein... Frag nicht! Okay. Aber Autoschein null Punkte, das bedeutet, ich kann jetzt wieder Autoschein machen und dann hab ich keine Punkte mehr. Ach ne, Max erst im dritten Mal. Freiheit, bin nämlich in Zukunft nur. Hey, ich bring mich um! Hilfe! Was los? Hilfe! Ich hab ihn angelogen, dass ich auf... Das ist für... Der wird mich umbringen! Hilfe! Johnny, helfe mir! Warte, mein Handy klingelt. Ab. Nehmen. Hall. Hallo? Was? Wer ist das? Oh! YouTube! Brauchen wir Hilfe in die Klasse? Slash... Überweisen...